Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelt und dann behauptet, er hatte gemummelt, dass sie eine tolle Philosophin ist und sie dann zugebt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Buch, an der Stelle, das ist der Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist der, dass sie nicht... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.